Vor gut einem Jahr habe ich ein Video darüber gedreht, ob die Blase der Luxusgüteraktien platzt und was soll man sagen, ja sie ist geplatzt. Doch seit September diesen Jahres sehen wir hier einen Turnaround und ich habe nun das erste Mal eine Aktie aus diesem Bereich gepickt. Bleibt dran, wenn ihr erfahren wollt, um welche Aktie es sich handelt und wie ich aktuell die Luxusindustrie einschätze. Viel Spaß beim Video. Seit September diesen Jahres sehen wir erstmal eine Turnaround Bewegung bei den Luxusaktien, denn China, mit Abstand das wichtigste Land für die Luxusgüteraktien, hat das größte Stimuluspaket seit Covid angekündigt und damit nicht genug. Man hat kommuniziert, dass man auch bereit sei, weitere Pakete umzusetzen und auch den direkten Konsumenten unterstützt. Und das ist natürlich ein großer Katalysator für die Luxusaktien. Denn China ist alleine für 50% der weltweiten Ausgaben im Luxussegment verantwortlich und alleine die Sonderwirtschaftszone Hainan steuert aktuell 15% der globalen Fashionindustrie hinzu. Wichtig ist allerdings zu unterscheiden, ob es sich hierbei um angestrebten Luxus, also Luxussachen, die für fast alle zugänglich sind. Ja, da sprechen wir über Marken wie Gucci, Burberry und so weiter. Oder wahrer Luxus, ja, also die nur für die Ultrareichen zugänglich sind. Teilweise Marken zum Beispiel von LVMH ganz besondere hervorzuheben, aber hier Ferrari. Und insbesondere im angestrebten Luxus sehen wir, dass viele Kunden eigentlich im niedrigen Einkommensbereich sind, die in den letzten Monaten besonders gelitten haben unter Inflation, ja, Essen, Miete etc. Alles teurer geworden. Das sehen wir auch zum Beispiel am Aktienkurs von Dollar Tree und Dollar General. Und das Wachstum in diesem Bereich, ja, war die letzten Monate extrem rückläufig. Darauf habe ich in meinen letzten beiden Videos drauf hingewiesen. Verlinken wir unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und die größte Zielgruppe Kundschaft, die chinesischen Kunden, ja, die waren eben sehr zurückhaltend. Der Real Estate Index in China ist um 80% gequashed. Und der chinesischen Wirtschaft ging es ähnlich schlecht. Man hatte hier aber auch viele hausgemachte Probleme bei den Marken, zum Beispiel bei Kering über sättigtes Branding. Man hat auch ein Stück weit diesen Luxus-Status-Symbol verloren, weil halt immer mehr Leute auf den Straßen damit rumgelaufen sind, dass dann die Reichen gesagt haben, also mit den Marken kann ich mich nicht mehr so identifizieren. Man hat natürlich auch immer noch mit Plagiaten zu kämpfen. Also selbst sehr wohlhabende Leute, die ich kenne, tragen teilweise Fake-Klamotten. Oder zum Beispiel auch Burberry, die dann eine reichere Zielgruppe anstreben wollten, aber ohne Erfolg. Und ganz besonders wichtig war hier Covid, ja. Denn aus der Covid-Periode, da haben wir den Stimulus des Jahrzehnts gesehen. Man hatte alleine im Jahr 2021 33% mehr Wachstum als im Vorjahr. Und diese Luxus-Unternehmen, die haben das damalige Umfeld genutzt, um die Preise massiv zu erhöhen, ja. Und viele Produkte sind 50 bis 100% teurer als noch im Jahr 2019. Und das war natürlich nicht nachhaltig, mit wenigen Ausnahmen. Beispielsweise bei Ferrari, da ist die Käuferschicht jetzt nicht unbedingt so drauf angewiesen, wie es der Wirtschaft geht. Auch weil Ferrari das Angebot so verknappt, man stellt ungefähr nur 13.000 Autos im Jahr her. Da findet man in der arabischen Welt, in der chinesischen Welt oder auch in den USA, Europa immer noch genug Käufer. Unabhängig davon, wie es der Wirtschaft geht. Aber für den normalen, insbesondere Luxury-Fashion, gab es eben hohe Gewinne, die über den historischen Zyklen lagen. Und das war das Problem. Die Aktien sahen vermeintlich schon günstig aus, aber haben einfach ganz stark over-earned. Und jetzt möchte ich euch meinen aktuellen Topic vorstellen, den ich diese Woche in meinem Portfolio aufgenommen habe. Und dabei handelt es sich um Kering. Kering ist wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff, aber Gucci, die mit Abstand wichtigste Marke für Kering, die über 50% der Umsätze ausmacht, die sollten eigentlich alle von euch kennen. Wer diese Marken noch nicht kennt, auch da mal die alten Videos anschauen, da gehe ich ausführlicher auf die Geschäftsmodelle der Luxury-Fashion-Unternehmen ein. Und Kering hat sehr, sehr viele Managementfehler gemacht. Ja, man war unglaublich schlecht im Bereich der Produktinnovation im Vergleich zur Konkurrenz. Hat dadurch Marktanteile verloren, auch weil man teilweise sogar Qualitätsmangel hatte. Wir haben jetzt einen neuen Designer bei Gucci. Der hat direkt Besserungen umgesetzt. Das sehen wir auch, dass wieder mehr Stars auch bereit sind, die Marken Gucci, Balenciaga und so weiter zu tragen. Man hat eine neue Handtaschenlinie eingeführt. Und auch bei den chinesischen Kunden ist Gucci immerhin unter den Top 3 der beliebtesten Marken. Und wenn wir uns einmal den Fair Value der Kering-Aktie anschauen. Ja, das Unternehmen notiert im Moment so um die 250 Euro. Der Fair Value Chart gibt hier 550 Euro vor. Meiner Meinung nach ein bisschen zu ambitioniert. Wir haben jetzt für die nächsten 12 Monate in KGV zwischen 15 und 16. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir aktuell eine faire Bewertung im Bereich 400 Euro sehen. Also immer noch massiv Aufwärtspotenzial. Und ich denke, dass wenn man sich jetzt die Aktie ins Portfolio legt, die nächsten Jahre 20% Return machen kann. Man hat auch Diversifikation in das Beauty-Segment betrieben. Man hat mit Bluebell einen aktivistischen Investor involviert, der Druck auf das Management ausgeübt hat. Und hinter den Kulissen optimiert man zum Beispiel auch die Lieferketten und die Umgestaltung des Filialennetzwerks, was ebenfalls ein Problem war. Das gefällt mir persönlich zu sehen. Und ich bin im Moment zuversichtlich für den Turnaround, weil man eben bekannte Marken wie Gucci, Bottega, Veneta, Balenciaga, Saloror, McQueen und Brioni hat. Und wenn wir uns den Discount zur Peer Group anschauen, also zu den Mitbewerbern, dann sehen wir hier den größten Discount seit über 10 Jahren. Und auch im historischen Vergleich handelt man hier im Moment zu sehr attraktiven Multiples. Man handelt sogar auf denselben Niveaus wie nach der globalen Finanzkrise 2008, 2009. Und versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Wenn ich in einen Wert investieren müsste für die nächsten 20 Jahre, dann wäre es nicht Kering, sondern höchstwahrscheinlich LVMH. LVMH ist mir im Moment allerdings eher fair bewertet. Und da ich jetzt nicht eine Langfristinvestition spielen will, sondern diesen China-Stimulus mitnehmen will, habe ich mich für den qualitativ schlechteren Wert entschieden, der allerdings deutlich stärker abgestraft worden ist. Und das ist dann ähnlich, wie wir es jetzt bei den China-Werten gesehen haben, die wir in unserem Investmentguide-Portfolio im Februar diesen Jahres aufgenommen haben. Ja, liegen hier bei JD über 80% im Plus. Und ein ähnliches Szenario sehe ich hier auch für Kering. Denn bei diesem massiven Ausverkäufen, Kering hat sich weit mehr als halbiert vom Hoch, ist es oft dieser Steinschleudereffekt. Ja, so wie man in die eine Richtung zieht, schlägt es dann in die andere Richtung aus. Und ein weiterer Wert, den ich interessant finde, den habe ich auch letztes Jahr schon mal vorgestellt. Dabei handelt es sich um Richemont. Richemont ist eine Schmuck- und Uhrenmarke. Und die bekannteste Marke aus diesem Konzern, die ist höchstwahrscheinlich Cartier. Man ist hier immuner gegen Modetrends und billige Duplikate, wie eben bei den Fashion Brands. Und man wächst in allen Märkten trotz sehr schwerer Vorjahresvergleiche, mit Ausnahme Asien. Auch hier sollte man vom Stimulus-Paket profitieren. Und wenn wir uns einmal die historische Bewertung anschauen, dann handeln wir auf ähnlichen Multiples, wie nach der globalen Finanzkrise 2008, 2009. Das Ganze bekommt man für ein KGV für die nächsten 12 Monate von ungefähr 20. Ich denke, dass man hier so 15% jährliche Rendite erwirtschaften kann. Vielleicht auch nur 12, also so 12 bis 15%, wenn man sich diesen Wert jetzt langfristig ins Portfolio legen sollte. Im Moment ist diese Aktie meiner Meinung nach zwar eher fair bewertet. Es handelt sich aber um ein ausgezeichnetes Qualitätsunternehmen. Der nächste Wert, den wir uns jetzt nochmal kurz anschauen werden, ist Louis Vuitton Mouet Hennessey LV im Arsch. Das Ganze gibt es zu einem Forward-KGV für die nächsten 12 Monate von ungefähr 22. Deswegen habe ich mich hier eben für Kering entschieden, weil ich in der Turnaround-Story mehr Nachholpotenzial bei Kering sehe. Dann haben wir auch noch Burberry, ja Burberry komplett ausgebombt, kriegt man hier zu einem KGV von aktuell 9. Mir persönlich etwas zu ambitioniert, der Turnaround, weil ich einfach nicht unbedingt nachhaltig an die Erholung der Marke Burberry glaube und man mir auch ein bisschen zu weit abhängig ist von einer Marke. Bei Kering der Vorteil, dass man eben auch jüngere Marken hat, wie Balenciaga und Bottega Veneta, die auch in der jüngeren Zielgruppe stärker gekauft werden. Eine der bestperformendsten Aktien der letzten 10 Jahre, ganz klar die Ferrari. Hier hat man wirklich wahren Luxus, der nicht abhängig ist vom Konsumverhalten der Menschen, der nicht unbedingt so abhängig ist von einer Rezession. Aber wenn wir uns hier mal die Bewertung anschauen, dann haben wir hier für die nächsten 12 Monate ein KGV von 46. Deswegen ist die Aktie für mich überbewertet. Wenn man hier irgendwann nochmal auf Kurse von 300 Dollar zurücklaufen würde, dann wäre ich auch bereit eine erste Position zu akkumulieren. Ähnliches sehen wir auch bei der Hermes. Hermes ist auch eine Topmarke, hat deutlich bessere Margen als zum Beispiel nochmal eine LVMH oder Kering. Aber auch hier dasselbe, ein Forward PE Ratio von 45, da muss ich an der Stelle einfach auch sagen, ich bin raus. Das war meine Einschätzung zur globalen Luxury Fashion Industrie und noch ein paar weitere Marken, die ich mir angeschaut habe. Wir haben in unserem Investment Guide, der seit ungefähr ein Jahr am Markt ist, schon mehrere Aktien in einem konzentrierten Portfolio, die mehr als 50% Rendite generieren konnten. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Ganze aufgebaut ist, was der MH Investment Guide überhaupt ist, dann klickt gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung und schaut euch unsere Case Studies dazu an. Das Ganze ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Ich bin gespannt auf eure Einschätzung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Werte ihr spannend findet. Dann schaue ich mir den ein oder anderen Wert nochmal an und das Ganze, wie gesagt, keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung. Ich bin immer noch nicht so ganz bullisch für diesen Sektor, weil wir eben noch nicht in einer Rezession sind. Das wirtschaftliche Umfeld ist noch stabil, aber ich bin gerne ein Freund, der in sogenannte Catalyst Events investiert, wo man eben einen Katalysator hat. Das sehe ich durch dieses 114 Milliarden Stimulus Paket in China, wo man auch gesagt hat, dass man den direkten Konsumenten unterstützen möchte. Das Ganze hat natürlich auch Risiken. Sollte es zur Eskalation zwischen China und den USA kommen, dann wird eventuell auch ein Handelsboykott gegen europäische Luxusmarken ausgerufen. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Für mich aber ein interessanter Trade. Wenn die Aktien günstiger werden, also in dem Fall Kering, würde ich aber nicht weiter rein akkumulieren, sondern dann verkaufen, weil entweder zündet der Turnaround Trade durch den Stimulus jetzt oder eben nicht. Dann investiere ich mein Geld anderweitig weiter. Aber im Moment sehe ich hier ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis von so 3, 4 zu 1 und denke durchaus, dass diese Unternehmen das Potenzial haben, um die 20% jährliche Rendite zu erwirtschaften, insbesondere Kering. Die anderen im Moment eher so 12 bis 15%. Und das war, wie gesagt, meine Einschätzung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, welche Werte ihr im Portfolio habt, wo ich mich vielleicht in meiner These getäuscht habe. Abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut wie immer, euer Moritz Hessel.